Offenburg, Matthias Schweinsteiger oder doch Bastian Schweigsteiger? Ganz sicher war sich Thomas Gottschalk, 73, bei seiner letzten Wetten, das Show offenbar nicht, wer da jetzt genau vor ihm stand. Der ehemalige Fußballprofi und der Schauspieler nahmen die verbalen Patzer jedoch mit Humor und freuten sich jeweils über das neue Familienmitglied. Viele Zuschauer dürften verwundert mit der Stirn gerunzelt haben, als der Entertainer seinem Gast Matthias Schweighöfer, 42, am Samstagabend nach einem Film Einspieler plötzlich den Nachnamen Schweinsteiger verpasste. Der Weltmeister von 2014 war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Bühne, sandte von Gottschalk eine halbe Stunde später bei seiner Begrüßung aber fairerweise ebenfalls einen Buchstabendreher in Anlehnung an den Darsteller ab. Inzwischen hat das Duo die Versprecher in den sozialen Netzwerken adressiert. So postete der Ex-Nationalspieler auf dem Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, ein Foto von sich, seiner Ehefrau Anna Ivanovic, 36, und dem Army of Thieves Star. Dazu schrieb er lediglich, die Schweinsteigers. Auch Schweighöfer empfing die neue Verwandtschaft mit offenen Armen und teilte ein gemeinsames Bild mit dem langjährigen DFB-Kicker aus der Sendung auf Instagram. Eine Familie. Merry Christmas. Frohe Schweinachten, wünschte der Regisseur und Produzent seinen Followern. Bastian Schweinsteiger begrüßt Matthias Schweighöfer in der Familie. Matthias Schweighöfer und Bastian Schweinsteiger nehmen die Versprecher mit Witz. Selbst Ivanovic schwenkte mit ein. Willkommen in der Familie, Matthias Schweinsteiger, schrieb die ehemalige Tennisspielerin auf Instagram. Ich finde Basti Schweighöfer aber auch gut, witzelte der Hollywood-Durchstarter zudem in einem Clip der ZDF-Mediathek, in dem die beiden Promis herumalbern. Wir können beides nehmen, scherzte der echte Schweini. Verheiratet bis ans Lebensende. Es war nicht der einzige Lapsus von Gottschalk bei seinem finalen Auftritt. Später schlich sich in eine Aufzählung bekannter Sportgrößen auch noch ein Lars Riedle ein. Wahrscheinlich handelte es sich dabei um eine Kreuzung des früheren BVB-Knipsers Karl-Heinz Kalle Riedle, 58, mit dem Diskus Olympiasieger Lars Riedle, 56. Letztendlich weiß es aber natürlich nur der 73-jährige Moderator. Das war nicht der 74-jährige Moderator.